Der Demolition Man hat ganze Arbeit geleistet und steht im Viertelfinale nach dem 4-1 Erfolg gegen Tony Alcinas. 4-0 Erfolg, wie komme ich auf 4-1? Es war eine Demolition, also 4-0. Ich habe gerade gesagt, du hast ihn demolished. Für Liebe. Herzlichen Dank, dass du wieder die Quartal erreichen kannst. Nach einem sehr, sehr langen Zeit. Das ist, wie ein sehr langer Zeit. Also nach 2007 wieder im Viertelfinale. Ich liebe 7. 2007, 2017. Aber das war eine solidere Leistung. Das war eine gute Leistung, aber ich habe die richtige Leistung im Viertelfinale. Und ich mache, wie kann ich das sagen? Ich mache die Job sehr einfach, aber ich bin nicht zu meinem vollen Potenzial. Ich mache die richtige Leistung im Viertelfinale. Das ist das, was ich habe gelernt. Ich habe die Mannen in fronte mich. Nachdem ich habe die Mannen in fronte mich. Wenn ich 97 habe, ich habe die 100. Wenn ich 100 habe, dann habe ich 100. Aber ich habe die Mannen in fronte mich. Und ich bin ein glückliches Mann. Also er sagte, ich habe das getan, was ich tun musste. Vielleicht so nach dem Motto, ein Pferd ist ein gutes, springt nur so hoch, wie es muss. Das meinte er auch. Ich habe zur richtigen Zeit die richtigen Dinge getan. Average war vielleicht gar nicht so, wie ich es brauche. Und ich habe auch noch gar nicht so mein volles Potenzial abgerufen. Aber eben genauso, dass es heute gereicht hat. Und er freut sich nach 2007 wieder im Viertelfinale. Irgendwie passt das, meinte er, 2007, 2017. Obwohl es ja eigentlich die WM 2018 ist. Aber das spielt dann auch keine Rolle mehr. Wollen wir vielleicht ganz kurz auch noch darüber sprechen. Es war wahrscheinlich eine Viertel-Doubles-Doubles, oder? 52%? Ja, ja. Ja, ich bin ein Pferd. Das ist das, was du meinst? Das ist das, was du meinst. Das ist das, was du meinst. Wenn du siehst, oder was du siehst. Ich meine, ein paar Mal, er war 2-0 in einem Set. Right. Third Set, ja. Holt mein Throw. Holt mein Throw. Holt mein Throw. Das ist was ich mache. Und das ist das, was du musst. Du musst dann pressureieren. Und dann, 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 teuerw sumAir. Das côngry wackiert derddd. Ich bin ein paar Mal im Lauf. Du möchtest, wie du hier in der L.A. Pally? Du möchtest, wie du das? Ich bin ein paar Jahre alt. Was ist das 3.00? Ich bin ein paar Jahre alt. Ich bin ein paar Jahre alt. Aber ich war ein paar Jahre alt. Ich war ein paar Jahre alt. Es ist so eine andere Sache. Warum musst du auf 5.00 wenn du nicht mehr spielen musst? Du meinst, wenn du musst, wenn du das frühst. Ich bin ein paar Jahre alt. Ich bin ein paar Jahre alt. Ich mache die Graft. Aber ich brauche immer noch. Manche Dinge, die ich habe bekommen habe. Wenn ich mich für die Premier League gewinne, wäre ich nur am Dienstag. Und ich werde noch arbeiten, weil ich mein Arbeit liebe. Also sagt das kennt er doch. Auch vom Beruf. 5 Uhr aufstehen ist völlig normal für ihn. Heute war er sogar um 3 Uhr wach. Für alle Darts-Turniere der Welt wird er definitiv gerne noch früher aufstehen. Mach mal. Ich sage, ich gehe zu Bett am 3 Uhr in der Morgen. Das ist das, was ich möchte. Ich gehe zu Bett am 9 Uhr und gehe zu früh. Darren Webster, ich stehe im Viertelfinale, egal wann er aufsteht.